Ich bin Sven, komme aus Chur und die Chance musste ich ergreifen, auf Faduz zu gehen. Das sind ja nur etwa eine halbe Stunde, um das ganze Spektakel hier anzuschauen. Also mich fasziniert, dass es einfach extrem schnell ist. Du hast so viele Möglichkeiten. Du musst sehen, wo du durchfliegst, du musst wissen, wo du durchfliegst. Du hast andere Gegner, du musst denen ausweichen. Und das ist einfach faszinierend. Also ich selber fliege auch, habe auch in dieser Richtung Drohne. Zwar nicht so hoch professionell, ich mache es mehr hobbymässig, Freestyle, kamerlässige Tricks zu machen. Und ja, eigentlich würde ich da gerne auch mal mitfliegen, aber das ist ja nicht so einfach. Zwar sind sie hier die Möglichkeit mit dem Simulator zu registrieren und zu qualifizieren. Aber da muss ich noch ein Stück mehr üben. Also mich fasziniert eigentlich am meisten das Battle, auch das Clash. Du musst halt gegen die ganzen Teams bestehen. Du musst gegen andere Piloten, du hast aber natürlich auch eine Freundschaft. Eigentlich, du lässt dich sehr stark kennen, mit allen schnell verstehen. Du lernst neue Kollegen kennen und das ist einfach cool. Also eigentlich drücke ich am Tower Bridge vom Apex Team. Ja, das habe ich jetzt auch schon relativ seit dem Rapperswil-Rennen verfolgt. Ich hoffe, sie kommen weiter. Und natürlich auch am lokalen McDonalds Team wünsche ich das Beste.